Was machen die anderen? Komm, wir gehen auf Armut, die Feinde sind, vielleicht sterben wir ja. Oh Gott, das war so schwach, das war so schwach. Ah, nicht in die Füße. Ah, nicht in die Füße! Nein! Ich hab die Smoke flasht! TORRES! Oh shit. Yeah. AWP down. Nein! Wie hab ich ihm gegeben? Dem alten Melker. Nichts! Nun hast du verzweifelt, verbittert, ver- Wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss. Ich hoffe es! War lang? Wir sind zu resten vor. Ring ding 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 ding! Ne, ne ne. Ich fühl's noch nicht, ich fühl die AK noch nicht. Ich muss noch ein bisschen P90. Es ist immer noch Aufwärmphase hier. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Wir werden sterben. Wir werden sterben, Alter. Alter, geh weg, geh weg! Geh weg! Ich will! Krass. Ich will einfach nach rechts gehen. Nein, nein, nein! Ich sehe ihn gar nicht, nein! Wie geht es dir? Shit. Shit, wir werden gefickt. Fuck ey! Fuck! Wie wird zerfickt werden? Kann ja mal bitte jemand irgendwie was ansagen, dass alle Mann in die gleiche Richtung gehen? Geh mal weg, du jetzt. Ich zeig euch mal, wie ein Rush geht, ja? Ich zeig euch mal, wie ein Rush geht. Killer liegt jetzt alle, weil er echt voll der coole Hund ist. Oh Gott, Killer ist ein verdreckter Idiot. Aber in M1-2 gefickt! Wenn die Flash geflogen wäre, also gescheit, ich hätte vier oder fünf Kills gehabt. Fuck, man! Jetzt geht das natürlich nicht mehr, weil nächste Runde erwarten Sie an dieser Aktion, nicht wahr? Nenenenenenenenen Spider-Man. Spider-Man, Bombi, komm doch mal hierher, ich rette dich, du kleiner Bär. Alter! Ich hab nur Pesch! Wow, wow. Ha, Lucky Chris, du fickerig, ich wollte dich doch killen. Aber die sind auch wieder blöd, ne? B ist komplett frei. Unser Team ist durchgegangen, man sieht's auf der Karte, was machen die anderen? Komm, wir gehen auf Armut, die Feinde sind, vielleicht sterben wir. Geh mich mal schämen, aber Beline, du musst dich nicht schämen. Guck mal, bei mir läuft's auch nicht rosig. Wow, 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 wow. 20 FPS gerade im Kurs. Ja, Mann! Ich dachte mir, ja, hab ich ihn trotzdem getroffen, hab ich ihn durch die Wand ein bisschen getroffen. Lethargy, den lethargischen Knödel. Dann geh mal rein, Fred. Äh, Fade. Wow. Hilfe. Mami, Mami, Hilfe, Hilfe. Ja, ich würde sagen, das war schon mal schön gesniped. Dankeschön, Killer, bitte Killer, ich weiß, ja. Ja, wo ist unsere Arbe schon wieder hin? Äh, ich meine, unsere Bombe wieder irgendwo. Locked and load. Warum hab ich eigentlich nie die Bombe? Das ist so unfair. I wanna have the bomb. Oh, krass, wie ich verpimmelt hab, man. Ich hör da recht, dass es Schuss kommt und guck kurz hoch. Ob Heatwave gestorben ist oder ob er einen Kill gemacht hat. Und dann guck ich wieder runter und dann konnte ich mich halt wieder einfinden. Jetzt hab ich zu allem übernach Hunger. Was ist da los? So, I'm back like a cat. Kurz mal in der Pizza in den Ofen geschoben. Ich möchte eine AWP haben, sofort. Von dir. Vorsicht, ihr Pissbacken. Bekommende Granat. Oh mein Gott, wie schmeißt ihr? Ach, fuck. Aber Önkelchen, aber Belay. Belay, können das schaffen. We can do it. Siren Zell, Mann! Oh, oh. So, Killer-Elite. Nein! Aber immer nur eingepimmelt. Okay. Oder hat dein Geschoss dir die Glieder zerfetzt? Nehm mir jetzt Teile. Ach, scheiße, jetzt bin ich bei Anti. Niemand will bei Italie zu Anti. Niemand! So, aber lange ist schon mal bei mir im Team. Jetzt kommt noch das Ungl ins Team. Na, passt das. Na, gehen wir mal durchs Haus. Ich, ähm, war schon lang. Ne, Italie hab ich schon mittellang nicht mehr gespielt. Links, links. Ach, unten. Kack, ich dachte auf unserer Höhe. Shit, ey, voll gefressen. Auf, komm mit. Ja. Huh. Mac Murphy, Perfum. Ähm, ja. Ja, Taschenlampe geht. Ah. Oh Gott, kurz überlegt. Bin ich jetzt Anti der Terror? Fuck, so lange überlegt, Mann. Ah. Onkel ist beim Terror. Natürlich, Onkel, Onkel, Onkel. Also, wenn man halt drum campen kann. Man wartet und wartet und wartet. Und dann geht man, dann geht man da oben ans Fenster und dann... Piu, Piu, Piu. Schießt die Leute tot. Und dann... Piu, 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 Piu. So schießt man ungefähr. Man schießt hier aus dem Fenster. Pff, Pff, in den Kopf. Pff, Pff, in den Kopf. Pff, Pff, Piu, 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 Piu. Oh, fuck, ID-Treffer. Worte den Mann, Mann, Mann Aber ein RASCH, Morten Morten, ich will den RASCH jetzt Leute, ist das ein RASCH? Macht ihr nur ein RASCH? Leute! Scheiße Ich gehe vor, will ich schon, kommt keiner nach Ich denke mir, gut, 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 aber ich denke mir, ne Na gut, schon ein bisschen Angst bekommen. Scheiße, von hinten und von vorne, das geht nicht. Enkelchen! Ah fuck, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben!